Ja und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Ich wollte euch jetzt die Aussicht doch nicht gerade zeigen. Sorry, da fällt mir gerade das Wort nicht ein. Deswegen habe ich ein bisschen früher reingeschaltet, als ich eigentlich gesagt habe. Aber hier sind wir nun. Und es kommt mir sehr bekannt vor. Grabe task for you, the literal kind. The Netrunner is still alive, but what happens to her is either a matter of time or your discretion. Bugbear is trapped in the net. If she jacks out, the Tiger Claws stand ready, waiting like vultures to tear her to shreds. And if she doesn't, her synapses will fry soon enough anyway. I am counting on you, V. See the details attached. Okay, von Bugbear haben wir ja auch schon mal ein paar Sachen gehört. SOS-Söldner gesucht. Netrunner for Tiger Claws retten. Retten. Zielinformationen, Bugbear, echter Name und bekannt, 24 Jahre alt, Salina Street. Früher kamen Bugbear und die Tigers gut miteinander klar. Sie wollen zusammen eine Kiroshi-Lagerhalle ausrauben, aber Bugbear hat die Tigers verarscht. Als der Wagen mit teurer Spitzentechnik vorgepackt war, hat sie ihn aus der Ferne rausgelenkt und die Tigers drinnen im Stich gelassen. Todesurteil. Aber die Tigers sind tough und können richtig stur sein. Am nächsten Tag kreuzen die vor ihrer Wohnung auf und wollen wissen, wo sie die ganze Tech versteckt hat. Bugbear hat keinen anderen Ausweg als das Net gesehen. Hat sich so mit Software umgeben, dass sie sofort verrecken würden, wenn jemand ihre Verbindung trennt. Aber jetzt müssen die Tigers ja bloß abwarten. Früher oder später muss Bugbear da raus. Oder sie verbrutzelt sich die Synapsen. Und die Tigers sind geduldig, vor allem, wenn es um Rache geht. Ehrlich gesagt glaube ich, dass es ihnen so sogar am liebsten ist. Hol Bugbear da raus und sag mir Bescheid, dann lasse ich euch abholen. Aber sei extrem vorsichtig. Wenn du ihre Verbindung kapst, tot bringt sie mir überhaupt nichts. Okay, jetzt ist die Frage. Kann Bugbear hier sterben oder nicht? Wärmer heisst. Das ist übrigens eine Mission, die uns auch noch fehlt, um eben ins Phantom Liberty DLC einzusteigen. Mit wichtigen Entscheidungen. Die Tigers sind auf jeden Fall da, weil die Motorräder, die Autos. Tiger Claw Blitz. Tiger Claw Blitz. So ein Faktors. Der Kartenstrip sein Lebens. Alright. Dann mal schauen. Es sind bloß Zivilisten. Es ist eine Hintertür, die aber nicht offen ist. Oh, hi! Äh, kurz den Ping machen. Ach, Gott. Okay, das sieht mir jetzt nicht nach allzu vielen aus. Wir könnten übers Dach rein, vielleicht am besten. Okay, technische Fähigkeit, schade. Ah, was mir gerade auffällt, wir können ja eigentlich mal noch leveln. Also, ein verfügbarer Attributspunkt. Ähm. Na, würde, glaube ich, Intelligenz auf 16 machen. Shadowrunner, Rückverfolgungsfortschritt nach einem Takedown. Hört sich spannend an. Stirb, stirb, stirb. Verbessere Waffenhandhabung, wenn die Aussage nachlässt. Auch gut. Stromgewehr an dem Piis, Nachhaltgeschwindigkeit weniger. Okay, die Zeit könnten wir eigentlich auch noch machen. Mal, dann haben wir das hier mal voll. Dann können wir beim Schleichen ein bisschen mehr... Also, ja, ein bisschen mehr machen. Was... Rutschen angeht. Und so weiter. So, I'm supposed to move out, Kaka-Tigers, take the whole floor. Any idea what they're doing? Just be quiet and don't show your face. Okay. Noch ein Stock weg, weiter oben. Das sind die ersten. Ich würde jetzt einfach mal die hier... Ups. Sind's beides... Teil closed? Wir sind ein NC-Bewohner. Alter. Hast du ihn gerade umgebracht? Nicht nett von dir. Ja. Er hat ihn gerade umgebracht. Und weiter unten werden noch mehr Leute umgebracht. Wie es sich anhört. Hier oben gibt's sonst nichts mehr außer das hier. Einen, die ersten. B3-1-C... Shit. Falsch, wieder mal. Na ja. Dann halt so. Ja, aber dann verlieren wir die Goods. Geh mal schauen, los! Er ist Haft! Ah, das ist Licht! Komm mal mit! Okay, die Tür geht nicht auf. Die wahrscheinlich auch nicht da hinten. Hm? Nope. Perfect. Mies. Die Tür geht auf, die Tür geht auf. Die geht auch auf, die nicht. Und die geht nach draussen. Ich schätze mal, hier drin ist sie, weil die Gewalt zum Aufgemacht werden muss. Okay, das ist Backbier. Hohl kühlmittel aus dem Bad. Ich schließe mal die Tür wieder. Blinks wird jemand verprügelt. Oh Mann, wieder mal was falsch. Hat mich auch schon wieder verklickt. Naja. Was soll's. Oh no. Ich hab falsch geguckt. Ich dachte, es wird zweimal 5,5. Ich dachte, es wird zweimal 5,5. Was soll's. Sonst wär's dann mit dieser Tür. Okay, aber hier kommen wir da gar nicht hin. Ich muss jemanden verprügeln. Sieht leider nicht so aus. Sieht leider nicht so aus. Da war ich grad drin. Oh. Kein Name. Oh, eine leckere Pizza. Heuschreckensalami. Ich weiss ja nicht. Was so lecker ist. Hi zu Hause. Heutzutage, wo die Polizei sich um Wichtiges kümmern muss, als Tüten rauchende Rotznasen, wo man an jeder Ecke Design-Drogen kaufen kann, sagen wir zurück zu den Wurzeln. Wozu die Taschen von Dealern und Herstellern füllen, wenn du dir das Zeug ganz bequem in der eigenen Garage zusammenbrauen kannst? In den folgenden Kapiteln zeigen wir dir leicht verständliche Rezepte für deine Lieblingsbooster. Ein Spass für jung und alt. Hätte ich jetzt gerne gewusst, wie das geht. Denn vielleicht hätte ich das für zu Hause anwenden können. und ein bisschen Drogen schäffeln. Aber leider wird es nicht erklärt. Schade. Warte, ist niemand. Warte. Nicht die Verbindung trennen. Die Wurzeln. Wie weiß, was zwei von ihnen könnte es machen? Nur unlike Zeit, bis sie findet, she'll bequem. Two Sekunden. Das war also mit ihm. Da war gerade irgendein Gespräch. Eher so ein Splitter von einem Gespräch. Notizen vielleicht? Ne. Okay, das war glaube ich von vorhin noch. Das war das neue, wie läuft es? Habt ihr ihre Verbindung getrennt? Wir brauchen noch etwas Zeit, Bus. Wir können hier einfach den Link rausreißen, aber dann sagt sie uns kein Wort. Wir brauchen jemanden, der weiss, wie Buckbeer tickt. Wer kennt sie? Haben wir irgendwelche Runner, die Kontakt mit ihr hatten? Ich rufe dich besser direkt an. Alter, wie viel Stuff da immer ist. Nicht die Verbindung trennen. Kühle mich runter, sonst bin ich Barbecue. Hol Kühlmittel aus dem Bad. Kühlmittel. Ermöglicht das sofortige herabseckende Körpertemperatur. Mal kurz das Tresor hier leeren. Buckbeers Körpertemperatur verringen. Buckbeer. Alles gut. Lebst du noch? Achso. Trenne Buckbeers Verbindung. Systemstatus, Anzeige, Systemtemperatur 89 Grad. Energieverbrauch 92 Prozent. Nutzerstatus kritisch. Verbindung nicht. Trennen. Nutzer Körpertemperatur reduzieren. Gepanzerte Wern. Von Norimasa an Buckbeer. Du musst den Kiroshiven im Intervall von außen hacken. In 10 Sekunden. Wenn du das versaust, kommen wir nicht ins Lagerhaus. Klar. Wird knapp, aber kriege ich einen Alarm. Okay. Wern ging klar. Alles bereit. Aber denk dran. Kap den Alarm für 15 Minuten. Genau um 14.30 Uhr. Um 14.31 Uhr fangen wir mit dem Verladen an. Alles muss auf die Nanosekunde passen. Wenn du das versaust, reisse ich dir den Arsch auf. Chill mal. Warum so unentspannt? Lass mal sehen, ob es reicht. All right. Wir haben Buckbeer mit dabei. Darauf so gehen wir vielleicht ein bisschen doof runterzustringen. Ich trage Buckbeer zum Fahrzeug des Fixers. Dann kommen wir glaube ich nicht raus. Alles wird gut. Keine Angst. Ich glaube hier drin wird jemand verprügelt. Aber die ganze Zeit. Aber das Kind. Mit den roten Augen. Das ist jetzt auch. Aber ernsthaft in den Kofferraum? Naja. Wärmer heiss. Sehr gut. Bugbee lebt also damit. Und eine Mission weniger, um die wir uns kümmern müssen. Ich glaube damit haben wir jetzt eben in Phantom Liberty irgendwas, wahrscheinlich irgendwie eine Option oder so freigeschaltet. Gut gemacht meine Liebe. Ich sehe, dass du deine Arbeit ernst nimmst. Du hast hier nicht nur meinen Respekt, sondern auch den ernstzunehmenden Klienten der Arbeit. Ich lasse die besten Aufträge in deinen fähigen Händen. Und erledige sie gewissenhaft. Vielen Dank, Wakako, für das Vertrauen. Keine Ahnung, da gibt es noch was zum Hacken, aber da gehe ich jetzt nicht nochmal hoch. Gut, ich würde sagen, das war's wieder mal für diese Folge von Cyberpunk 2077. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Ich bin hier. In 2077, die VOTED MY CITY THE WORST PLACE TO LIVE IN AMERICA. Main issues, sky-high rate of violence, and more people living below the poverty line than anywhere else. Main issues, die VOTED MY CITY THE WORST PLACE TO LIVE IN AMERICA. adolescence, die VOTED MY CITY THE WORST PLACE TO BEoooooHAMMED! meticel situations, die VOTED MY CITY thepes, and to MP2k AREAGE YOU'LL RUNNING NEWS! Aалаş- Cruism mit spürneaY autonomver ohne R bonnösen. An Blooper mehr mit einer B Jacke auf einem Abbrport gelnen niedrبر. Das werden Oxen nicht signiert. In 2077arlo Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.